Hase! Hey, Taylor, komm mal her! Hä, was? Ach, heute ist der erste Schultag, ich freu mich ja so! Jetzt komm, du denkst bestimmt wieder an Hasen, oder? Komm schon! Haha, gleich mal! Hm, hast du schon mal einen echten Hasen gesehen? Haha, nein! Hä? Wird Brenda? Brenda? Da ist Daniel Kuhn, der ist so süß! Ah, ich bin so verliebt in ihn! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll! Warum gehst du nicht mit ihm in eine Klasse, oder? Hast du ihn mal nach seinem Hasen? Hm, ich kann ihn nicht einfach nach seinem Hasen prangen! Ich meine, das geht doch nicht! Ich, ich, aber hast du eigentlich heute Zeit? Ich lenke jetzt schon wieder vom Thema ab! Ich bin so aufgeregt und weiß nicht, was ich sagen soll! Kau-kä-kau-kau-kau-kau! Ach, ich glaub ich muss mal... Ja, geh doch! Auf Klo! Okay!